Habe ich bis jetzt noch nicht bearbeitet. Was hat er denn? Mein Rechner ist halt total ausgebremst. Da geht halt gar nichts. Wahrscheinlich, ja. So in der Richtung. Weil der macht halt wirklich sehr langsam. Ja. Ja. Ich habe jetzt einen 9er Deutz. Den 77er Messe. Und einen Valtra N. Mehr habe ich nicht. Den großen New Holland. Nein. Ja. Ich habe mir den ganz großen geholt. Dann habe ich den großen Jaskin Anhänger. Nein. Ich habe einen zwängsel Mist. Ich brauche ja bloß zwängsel meinen Mist. Wenn ich zu viel Mist habe. Muss ich ja irgendwie. Mein Mist los werden. Da muss ich mir den großen geholt. Dass ich da mal einiges rüberfahren kann. Ich habe wieder verkauft von 20. Ich bin wieder auf Zweifel zurückgegangen. Ja. Das langt da aber eigentlich. Das langt da aber eigentlich. Ja. Ja. Für irgendwas. Nein. Den habe ich nicht. Ich habe noch. Den großen Lader. Da bin ich aber am überlegen. Ob ich den überhaupt noch brauche. Den werde ich wieder raushauen. Den brauche ich eigentlich gar nicht. Ja. Da werde ich auch einen Teleskop Lader nehmen. Weil den großen brauche ich eigentlich gar nicht. Den verkauf ich gleich. Weil. Weil das langt der Teleskop Lader da voll aus. Den brauche ich eigentlich nicht. Den kann ich weggehen. Gleich in den Verkaufsladen. Und dann schauen wir mal was der Ding kostet. Teleskop Lader. Wo ist er denn? Was ich noch nicht. Den JCP der ist gar nicht so schlecht. Der ist gar nicht so schlecht der JCP. Da nehme ich aber die große Schaufel dafür. Die 5000 Liter Schaufel nehme ich da dafür. Und dann brauchen wir noch. Na ja. Da fehlen jetzt noch 20.000. Na 30.000 knapp. Das ist aber kein Akt. Die kommen schon. Das ist aber kein Akt. Das ist Wurscht. Das ist Wurscht. Das ist Wurscht. Gut. Dann verkauft man die Gabel. Dann hauen wir die Gabeln aus. Da langt mir eine. Na ja. Ich bin momentan bei 5000. 2700 Betriebskosten Fahrzeuge. Na ja. Ich hab mein Ding. Ich hab meine Kuh jetzt verkauft. Hab mir dafür den Messer geholt. Der langt mir voll auf. In der großen Version mit 280 PS. Das sind nochmal 30 PS mehr. Als die Kuh hat. Da darf ich keine Probleme mehr haben. Mit meinen Zeugsachen. So. Was kann ich denn noch verkaufen. Die Dunggabel brauche ich nicht mehr. So. Was kann ich denn noch verkaufen. So. Was kann ich denn noch verkaufen. sehen? So. 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 Vielen Dank. Und die Schaufel brauchen wir nicht mehr, die kann ich auch weg. Irgendwo da rumliegen die Schaufel. Da liegt es. Mit der Schaufel ruckelt es aber wieder gewaltet. Und die Schaufel ruckelt es. 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 Und die Schaufel ruckelt es.